Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Total War Room 2. Ja, hier sind wir wieder in der nächsten Folge angelangt und dann starten auch direkt, damit wir sehen, wo der Frosch die Locken hat. Ich muss euch beglückwünschen, Propretor Silanus, denn ich habe gehört, dass euch der Senat mit dem Einmarsch in Samnium beauftragt hat. Was? Eine leichte Entscheidung, wenn ich so sagen darf. Der Senat wünscht, dass ihr die Siedlung Salernum an uns zurückgebt. Sie wurde vor einigen Jahren durch die Samniten überrannt und durch ihre Eroberung hätte Rom erneut die Herrschaft über Kampagnen. Aha. Machen wir. Die feindliche Gasion Salernum ist klein und wird gegen unsere Armee nichts ausrichten können. Beobert die Stadt schnell, ehe sie verstärkt werden kann. Okay. Ziele? Halt die vollständige Salernum. Schatz bis 1000. Ja, machen wir doch. Nun gut. Lasst Rom wissen, dass wir sofort angreifen. Jo. Ziele der Senat und sonstige Autoritäten beauftragen euch gelegentlich mit den Erreichen von Zielen. Die aktuellen Ziele können im Zielfenster eingesehen werden. Das mitzielt hier. Ziele. Sehen wir. Wähle eine Armee aus und macht rechtlich auf die feindliche Armee oder Siedlung, um diese anzugreifen. Wählt Silanus Armee und greift Salernum an. Okay. Wir können keine weiteren Rekruten ausbinden. Die Schatzkammer ist überbeansprucht. Ihr habt vielleicht von leichten Sorgen um Roms Finanzen gehört. Ja. Aber lasst euch dadurch nicht von euren militärischen Pflichten abreinen. Den mache ich sowieso nicht. Ich bin schon dabei. Los geht's. Dann schauen wir mal, wie die Sache hier aussieht. Wetterbedingungen. Als angreifende Streitmacht bleibt es euch überlassen, auf günstige Wetterbedingungen zu warten. Ihr hier zum Angriff übergebt. Verbleibende Chancen 3. Derzeit trocken. Ja. Warum sollen wir denn dann warten? Effekte, keine Nachteile. Wir werden überhaupt nicht warten. Wir werden angreifen. Wir haben uns dem Kampf gestellt, also müssen wir Aggression zeigen. Das machen wir schon. Wer sieht die feindliche Armee oder erobert die Siedlung, um euch den Sieg zu sichern? Das machen wir schon. Wie sieht das Ding denn hier aus? Sieht man hier Armeen? Truppen? Äh. Ich sehe auch nichts. Hier ist ein bisschen Wald. Hier ist ein schöner Engpass. Boah. Ja, Leute. Aufstellen. Wo sind denn meine... Männer Italias! Herrmann Steinschleuderer! Mhm. Fein, fein. Okay. Okay, ähm... Herrmann Steinschleuderer! Geschossinfanterie bereit! Herrmann Steinschleuderer! Mutige Römer! Aufrücken! Na, Kampfinfanterie bereit! Hastati! Hastati! Stolzke Römer! Ja. Wo ist der Chef? Du bleibst in der Mitte. Ja. Hier, Hepp. Nein. Ah, hier rüberkommen. Zack. Hastati! Zubefehl! Vitalische Schwertkämpfer! Na, Kampfkavallerie bereit! So. Kommandant! So sieht's gut aus. Na? Das gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Okay. Los geht's, würde ich sagen. Los Soldaten! Zieht eure Waffen! Macht Lärm und lasst die Stadtleute wissen, dass Salernum heute seine Freiheit gewinnt! Und nun vorwärts! Verweilt nicht im seichten Wassermänner, denn dort wartet nur der Tod auf euch! Wir verwalten überhaupt nicht! Wir verlangen und gehen zum Feind und weiden ihn aus wie einen Fisch! Hör auf damit und der Sieg wird uns gehören! Ja, genau! Ihr müsst nicht jede Einheit einzeln befehligen, Kommandant. Gruppiert die Armee in eine strukturierte Formation, wenn ihr wünscht. Oder weist einen Teil davon einem Untergebenen zu. Ne, ne. Wie kann man das denn machen? Gruppensteuerung. Gruppe erstellen. Ja. Hier, die hätte ich gerne in eine Gruppe. Die Kampfgruppe ist bereit und erwartet Befehle! Aha. Sehr schön. Und ihr seid die andere Kampfgruppe. Na, Kampfkavallerie! Gruppiert uns bereit! So, sehr gut. Ah, eins, zwei, was ist er denn? Ah, er ist... Sehr gut. So, lass mal gucken, was hier los ist. Oh, ich seh noch nix. Das sieht ja ganz gut aus, wenn ich hier einmarschiere. In die Bäume. Rum, 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 rum. Der du nicht so schnell. Wo ist der Chef? Ne, ne. Pass mal her. So stellt sich mal hier in die Mitte auf. Ja, ihr. Geht mal hier hin. Hier. Könnt ihr euch ein bisschen enger formieren? Hier hat der kleinen Plausch gehalten, oder was? Oh, da hinten kommen noch mehr. Ja, die kommen alle hier in den Engpass. Ja, dann pass mal auf. Ich bin bereit. Du bist bereit, das freut mich. Kollegah. App. Für Rom! Equites! Legio Barati! Schnelle Reiter zu euren Diensten! Astati! Ne, die Reiter, Reiter. Herr Kampfkavallerie bereit! Söhne des Mars! Astati! Wir nach! Wo sind meine... sehr schön. Nicht so schnell. Samnium soll fallen. Stolze Römer! Ja, wackelt mal, ihr stolzen Römer. Ihr wartet schön. Eqvite! Hört mal hier. Da kommt Infosil! Bereit! Ostati! Tribunus! Ihr nach! Doch du nicht! Kommandant Raus! Roma Invictor! So. Äquitas! Italische Schönerle zum Einsatz! Wo sind die anderen? Ach, ihr! Die geht hier rüber. Mutige Römer bis zum letzten Mann! Kavallerie rückt aus! So. Astati! Im Dienst der Roms! So, sehr gut. Das sieht gut aus. Im Dienst der Roms! Was tun wir hier? Äquitas! Astati! Bereit zum Einsatz! Okay. Er war ein Steinschleuderer! Da schmeißt man ein paar Pfeile. Sieht zu euren Diensten! Äquitas! Männer! Ihr kommt hier rüber. Arbe! Geschoss-Infanterie! Du sollst Feuer eröffnen. Nicht so weit. Nicht so weit. Einfach nur feuern. Angriff! Wir rüber! Nicht so weit. Oh, 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 oh. Vitalische Schwertkämpfer! Äquitas! Äquitas! Forsch! Äquitas! Bekommen sich schon. Der kommt schon zurück, zurück, zurück. Doppelte Geschwindigkeit! Äquitas! Doppelte Geschwindigkeit! Komm, 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 komm! Rein da! Er hat zum Einsatz! Ruhm für Ruhm! Feuer! Jupiter gibt uns Kraft! Ja, wir haben verpissen sich schon! Los, weg damit! Jupiter gibt uns Kraft! Schnell vorrücken! Langsam, 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 nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, komm zurück! Männer Italias! Schnell! Äquitas! Kommen alle da rum. Herrmann Steinschleuderer! Versuchen zu umgehen. Farsch! Führ nach! Feuer! Weg für Ruhm! Äquitas! Schleuderer, komm, weg damit! So, walz die man nieder da, die Genossen, Steinschleuderer! Ja, ha, 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 ha! Geschoss-Infanterie zu euren Diensten! Reihen da! Reihen da! Zange nehmen! Feuer! Reihen da! Reihen da! Die haben mich jetzt auch zermatscht. Die sind doch platt. Die rennen schon nach Hause. Ja, Feuer! Die laufen schon wie die Schnecken wie die Hasen. Ha 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 ha. Lasst sie gehen, Soldaten. Lasst sie zurück in ihr Versteck in den Bergen. Ja, wieso das denn? Ha 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 ha. Vom vorwärts. Geht zum Punkt. Och, haben schon gewonnen. Ha, hip hip hurra. Das war ja einfach. Entschuldigung. Ja. Erfolgreich gemeistert, würde ich sagen. Pro Consul Gaius Fulvius Silanus. Ja. Eure Kampagne gegen die Samniten war so beeindruckt, dass es nicht verwunderlich ist, dass der Senat euch volle zivile und militärische Macht erteilt. Danke. Ihr habt sicher von dem horrenden Lösegeld gehört, dass die Samniten für die Rückgabe von Consul Rutilus verlangen. Die Zahlung können wir nicht in Erwägung ziehen. Er muss mit Gewalt zurückgeholt werden. Genau. So, ich würde aber sagen, hier machen wir mal einen Schnitt. Die nächste Schlacht erfolgreich geschlagen. Da verabschiede ich mich und sage, habe die Erde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.